Musik Es geht manchmal in unserem Alltag so unglaublich schnell, dass wir uns in einer wirklich schwierigen, fast ausweglosen und bedrängenden Situation wiederfinden. Ein Anruf, eine Information, eine falsche Entscheidung, schnell dahingesagte, verletzende Worte, eine Nachricht, die zu uns gekommen ist, etwas, das jemand über uns gesagt hat. Was auch immer kann dazu führen, dass wir in eine innere Bedrängnis kommen. Etwas von außen kommt und die innere Bedrängnis nimmt zu. Und für mich war es jetzt kürzlich sehr, sehr tröstlich, dass ich gelesen habe, dass Paulus genau über dieses auch schreibt. Bei ihm heißt es, in allem waren wir bedrängt, von außen Kämpfe, von innen Ängste. Er kannte Bedrängnisse, er kannte Tumulte, er kannte Gefahren, er kannte diese Auseinandersetzung mit den Menschen und er befand sich mitten darin. In allem bedrängt, von außen Kämpfe und von innen Ängste. Wenn du diese Zeilen in der Bibel nochmal nachvollziehst, nochmal für dich studierst, dann wirst du dich vielleicht darin wiederfinden. Aber ich bin so getröstet dadurch, dass Paulus nicht bei der Beschreibung dieser Bedrängnisse stehen bleibt. Dass er nicht sagt, alles ist nur noch schlimm und schlecht. Sondern ich bin so dankbar für diesen nächsten Vers, der anfängt mit diesem einen Widerstandswörtchen Aber, aber, da heißt es, aber, der die Niedrigen tröstet, Gott tröstete auch uns. Das ist für uns der große Gewinn, den wir aus diesem Vers herausziehen können. Inmitten dieser Umstände, inmitten dieser Bedrängnisse, weiß Paulus, aber Gott, Gott ist da. Gott tröstet mich. Gott hilft mir. Gott ist es, der das Gute und der das Beste für mein Leben machen wird. Ich bin gewiss, dass Christus in mir die Lösung ist, der Ausweg ist, der einfach der Mittelpunkt meines ganzen Lebens ist. Und er weiß, dass dieses Leben in Christus für ihn Gewinn ist. Wenn du bedrängt bist, wenn du mit Menschen zu tun hast, die gegen dich sind, die nicht gut über dich sprechen, dann heb nicht dieses Problem als Allerwichtigstes in deinem Leben hoch. Bleib nicht dabei hängen, sondern sprich dieses Aber in diese Situation in dein Leben hinein. Aber der Herr, aber Gott wird mir helfen. Aber Gott wird mir alle Dinge zum Besten dienen lassen. Wir lesen dann weiter. Denn Gott, der gesagt hat, aus Finsternis wird Licht leuchten. Er ist es, der in unseren Herzen aufgeleuchtet ist zum Lichtglanz der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Mach dein Herz weit, dass du zulässt, dass dieser Lichtglanz Gottes in deine Situation hinein scheint. Jesus will es hell machen. Jesus will diese Last dir wegnehmen. Du kannst deine Last auf ihn werfen. Und dieser Lichtglanz wird die Situation verändern, weil dann Jesus in diese Situation hineinkommt. Ich wünsche dir, dass du das zulassen kannst, dass Jesus es hell macht, in den Situationen, in denen du gerade denkst, festzustecken. Aber der die Niedrigen tröstet Gott. Er wird, er wird. Und ich weiß, Gott hat mehr für dich. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!